Hallo Leute, Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Oddworld New & Tasty. Heute sind wir in Zulag 2 unterwegs. Wir müssen uns hier erstmal umschauen. Wenn wir da oben rechts an dem Hebel den Hebel umlegen, kommt ein neuer Slick. Und wir brauchen einen, um dieses Slick im Kennungs zu umgehen. So, was müssen wir denn erst mal abonnieren? So, jetzt muss ich mich erstmal informieren, wo er was macht. Vielleicht schauen wir mal hin. So, was sollen wir überhaupt machen? Oh ja. Ah ok, jetzt hab ich's. Den Ballern wir mal weg. So, gut. Das wär's auch schon wieder gewesen. Ich musste kurz eine kleine Testphase machen. Die hab ich jetzt rausgeschnitten. wie's nochmal alles genau ging mit der Stimmerkennung. So, gehen wir mal nach oben. Achja, jetzt kommen nur so kleine Zwischenräume, wo noch ein paar Mudakons versteckt sind. Vorsicht, Bewegungsmelder können mystische Energie unterbrechen. Löst du einen aus, dann verlöst du in Sekundenschnelle dein Schreikerl-Energie. Okay. Das wird ja nicht so gut. Gut, da sieht man jetzt natürlich die Mudakons grün, bläulich hinterlegt. So. Wenn ich jetzt hier durchgehe, dann kommt ein Slug, wenn ich mich nicht täusche. Oder ein Sneak. Wisslich. So, den muss ich jetzt erstmal beseitigen. Dann brauche ich so gesehen nur. Oh, halt, 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 halt. Jetzt müssen wir mal schauen, wie soll ich das immer. Ah, falsch. So, gut. Beide erledigt. Ich muss jetzt natürlich schauen, dass ich keinen Mudakon erschieße, weil ich will natürlich schon so viele wie möglich halten. In dem Fall natürlich alle. So. Hallo. Hi. Hallo. Hey. Hey There. Hey there. What's the call? Follow me. OK. Hello Marki. Hello Hello. Follow me. Okay. Wasser Welltimer. Hey there. Hallo, ich bin ein A-Dine. Alles klar! So, gut, jetzt haben wir alle. So, gut, jetzt haben wir natürlich alle durchgegeben. Hallo, danke! Jetzt kommt nämlich ein Aufzug runter mit einem Slick drauf, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Aber für den brauche ich es auf jeden Fall noch nicht. Jetzt, glaube ich, brauche ich es. Jetzt dürfen sie jetzt alle gewesen sein, oder? Nein! Nein! Die sind doch dumm. Oh, lol. Jetzt kann ich mich schnell umbringen. Das hat es Gott keinen Wert. Das lief jetzt nicht so wie geplant. So, gleich nochmal. Das ist immer wieder schön, wenn man sich in Tri-Curl verwandeln kann. Das ist immer wieder so. Das ist immer noch ein Blut. Das ist auch ein Blut. Das ist ja so. Suchtmöglichkeit. So. Gut. Sehr gut. Passt. Sind die auch befreut? Gut. Dann müssen wir jetzt nämlich wieder zurückgehen und einfach wieder zum selben Ausgang rausgehen, wie wir hier gekommen sind. Jetzt muss ich aber auffassen, wenn ich den Slick da unten bin. Na gut, wobei, den kann man schnell eliminieren. So, Punkt weg. Sehr gut. Gut, dann beenden wir mal den Raum hier. Ist auch schon ein bisschen länger her, wo ich aufnahme. So. Muss auch immer erst wieder ein bisschen reinkommen. Halt die Granaten nicht zu lange in der Hand, sonst wirst du mu da kein Hackfleisch. Aha, reimt sich mal überhaupt nicht. Aber egal. So. Das war die erste Tür, dann die nächste. Hungrige Slicks beißen die Hand, die sie füttert. Deshalb sollte sich in dieser Hand stets eine geladene Waffe befinden. Aha, jetzt hören sie auf zum Räumen. Man merkt es schon. So. Oh je. Jetzt müssen wir wieder den Slicks begründen. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen nochmal... Nein, das war falsch. Slicks sind zwar kurzsichtig und haben nicht allzu viel in der Birne, aber sich erkennen verdächtiges Verhalten sofort. Ja. Ziemlich passend formuliert. Jetzt muss ich nochmal schauen. Wie mache ich das nochmal schnell mit dir? Ah ja, okay. Gut, so ist. Ich glaube, ich muss... Upsala. Ich muss ihn jetzt dann glaube ich richtig schnell bücken und rollen. So, gehen wir doch mal rein. Tippst du kurz R an, dann kannst du Kronkorken etc. werfen, während du rennst. Das geht viel schneller, als wenn du genau zielst. Ha. Normalerweise fliegen die dann immer auf den Boden. Was mir in den meisten Situationen überhaupt nichts hilft, aber nein. So. Ah, das war falsch. Scheiße. Die Slops, die brauche ich eh nicht mehr. Die können wir gleich mal erledigen. Okay. Was dumme ist halt, ich werde jetzt vielleicht drauf. WTF. Ja, ich muss diesen Stick hier übernehmen. Germany, Germany. Warum der es auch immer sagt. Naja. Muss mir kurz warten. Okay, er schläft wieder gut. So, jetzt müssen wir uns hier vorbeischleichen. Dann kann ich den Stick da drüben übernehmen. Das passt. Perfekt. Gut, dann ist der auch weg. Dann noch mal freie Bahn. Sehr gut. Achso. Allerdings gucke ich jetzt noch mal links oben. Vielleicht war da irgendwas noch. Na. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Nein. Stopp. Da müssen irgendwo noch welche sein. Ach ja, wir müssen da, wo der Rauch ist, weitergehen. Dass so rauskommt. Das dauere ich jetzt zu nah dran. Fuck. Muss man es eben noch mal. Das wird ein bisschen besser. Dann werden alles schön in den Blitz zu den Schottenheim. Den Strom rein. Du rannst da jetzt auch noch rein. Gut. So ist auch weg. War da nicht noch ein drittes Lock? Na gut, das finde ich gleich raus, wenn der Slick sich oder schlafen liegt. Dann los, legt ich den Hopp. Gut. Ne, komisch, aber freuen wir uns noch drei. Na, auch egal. So, jetzt haben wir wieder freie Bahn. Jetzt muss ich mich nur noch ein bisschen besser anstellen mit dem Granatenwerfen. Und dann kann ich es auch schlafen. Das war noch ein bisschen an Lust. Gut, optimal. Oh je. Ich muss sie zuerst befreien. Jetzt kommen gleich die Slogs. Die bringen natürlich nichts cooles mit sich. Schauen wir noch mal. Schrei. Ach nö. Okay, das müssen wir jetzt anders machen. Das ist doof. Oder machen wir es mal von der anderen Seite. Ja doch, von der Seite könnte es vielleicht funktionieren, ja. Jawohl, wunderbar. Gut, jetzt muss ich aufpassen. Na gut, dass da ein Schick fallen ist. Wow. Jawohl. Okay, dafür ist die Stelle da. Sehr gut. Ich bin der nicht gelungen. Nietzsche. Wack. Da. Für ihn? Woher kommt der jetzt noch her? Na, lol. Wack. Wir haben, natürlich. Keine Chance gehabt. Wack. 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 Dann hoffe ich mal, dass auch diesmal wirklich alle sind. Dass da nicht noch so ein Dulli auftaucht. Hä? WTF? Wie soll ich das machen? Ich hab keine Ahnung. Wie soll ich das machen sollen? Ähm... Na Moment, vielleicht... Vielleicht... Schau mal... Nee. Das bringt nichts. Nee, das bringt nichts. Nee, das bringt nichts. Dann muss ich dann schauen im nächsten Part, wie es weitergeht. So, ich beende mal den Part an dieser Stelle. Bis dann und ciao! Ja. 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 Ja.